So, es geht weiter. Können wir da durch? Also was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Eigentlich nicht viele. T-Stück kannst du ja nicht machen, haben wir eigentlich. Die Clare sind so eingequetscht, wie konntest du so sitzen? Das ist echt ein bisschen eng, ne? Das letzte Mal war es besser. Ich glaub du musst trotzdem wieder oben hin, wo die Schleuse ist. Guck mal, da ist immer alles ganz genauer. Halt! Das Rad, das Rad ist da hin. Kannst du damit irgendwas machen? Nein. Ich mach was. Ich mach was. Na gut, dreh dich mal. Schaut kann benutzen. Kannst nichts benutzen da, ne? Gar nichts. Und nicht die Granate? Diese Tür hat respektvollen Abzeichen. Oder mit dem Messer vielleicht knacken. Ist ja geil. Steck diese Schachfigur wieder rein. Ja, ja. Wo bin ich? Du musst auf der anderen Seite irgendwas finden. Schade. Ja, wär aber echt geil, wenn du was mit dem Messer was machen willst. Das wär's doch eigentlich doch, Chris. Geht auch nicht. Schade. Du weißt jetzt auch ein bisschen, wir sind da noch, ne? Seid ihr noch da? Was bin ich da raus? Zeig, weitsch dir mit der Dings. Mit der Presse. Oder wir sind erschießen. Was ist das? Easy. Fällt mir so. Dann müsste noch einer sein, ne? Fällt mir. Ach, du scheiße. Wenn wir die Zombies haben... das ist das abgelenkt da wären wir niemand drauf gekommen wenn so ein paar verfickte Mitarbeiter gehen müssen die Zombies waren schlimm da fehlt das auch noch warte nimm mich nimm mich über die auch seine Kurzfolge nein das mögen die nein das machst du nicht ernsthaft für einen oder gab es noch keinen anderen Zombies geh einfach hin er singt das ist gut hey ich muss dein Zeigefinger blockieren geh einfach ich würde schießen geht auch nicht mehr er muss noch durchrennen einfach hin einfach hin guck dass nichts böses was will ich bin was du weißt du nie wo das Vieh ist könntest die Granate eventuell auch verschwinden wir wissen was es ist mit dem Gehirn alles ok man ja man ich bin nur neugierig braver Jun ich fasse meine Haare nicht an ich fasse meine Haare nicht an ich fasse meine Haare nicht an Chris Chris ja so wo ist es wenn ich nicht meine Kopf da ist es vor dir vor dir dieser Haufen da ein 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 kann ich das für eine Granate benutzen nein geh hin schieß mal nein wir kommen zufrieden wir sind friedlich schieß ja schieß erledige es los schieß doch da rein man ok dann wir schießen sollen wir nicht zeigen er wollte es wir sind das besser jetzt kann sie die Granate nutzen werfen deine Granate Junge leertaste leertaste und werfen hast du echt mal nicht kapiert freundchen willst du dir einen ersten Spot einander reden der letzte ist doch so überflüssig pass auf es liegt noch es liegt noch das Messer kannst du ja wieder nehmen so merkst du es selber ne ich hab voller Brumbolgen hier nicht manche Leute haben ja nein was wir müssen zu etwa hallo 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 wie lustig gewesen ist er da eingezogen worden hallo für irgendwas ja 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 kannst du mit dem Zug da fahren ne mit dem sind wir doch da hochgefahren ne aber nur unter der Standseilbahn mit der sind wir nicht gefahren mit der sind wir nicht gefahren ach hier waren die Dings ach hier waren die Dings was die schlaffe die böse wir haben doch hier bei der Aida was nicht steuern das heißt dort müsste die Aida liegen guck mal Aida hallo Aida der ist jetzt da nicht so dann runter gestürzt ja ist die denn hin wo ist sie denn hin das fragt der jetzt erst warum der hat der Oma ins Nest der hat er noch den Nächsten ich verschlüssel kann man weiß das nicht 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 Kim ist tot nein Kim ist war das die alte erst Kim die waren das die waren das von A ok der Aida tut dir das bestimmt macht er das macht alles keinen Sinn er hat Husten er hat schon Husten und arbeitet trotzdem was wird er arbeiten ok dann kommt er nicht mehr hoch geil was für ein Move das war die Superheldenlandung Superheldenlandung hört sich gar nicht gut an das ist Aida komm schon die wird gerade angeknabbert Aida oh nein dieses Fisch kommt jetzt erst ich komme Aida die Tür ist doch zu da kann doch nichts passieren nicht sicher genau ja Karte auch hier Moni 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 oh 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 und so speichern ja ja Moni er ist speichern dann Moni so wieder dann wieder speichern ach da auch Moni 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 ich fühle mich wieder den richtigen und so weiter ich will ich will ich will weiter arbeiten ich will weil KFC glauben dass uns in der zeigt keinen Sinn wird durchsachsen Ja, wir können einen Film gucken, einen Film gucken, ja! Iron Sky bitte! Aber nicht in 3D! Bitte aufhören! Mach weiter! Ich hab den Arsch gefickt! Nein! 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 Hier drüben, du! Freak! Tu ihm nicht weh! Tu ihm nicht weh! Hey, das ist der Soldat schon der Treppe. Das Virus. Ich werde die Ratten verbreiten es. Ich glaub da ist einer drin. Ratten, die eine Virus-Suppe da essen, trägen, was auch immer. Nein, die haben nichts damit zu tun. Oh. Den verstauen. Das können wir wegwerfen. Haben wir ja schon gesehen. Warum schmeißt du es nicht bitte da rein in die Kiste? Vielleicht gibt es ja so einen Messi-Erfolg. Das ist egal. Wahrscheinlich gibt es den da, was ich gesagt habe. Oh, der Folge. Genau, und das war es jetzt mit der Folge. Was? Chris! Nein. Das war es mit der Folge. So. Zehn Minuten. Nein! Das schaffen wir noch nicht vor fünf. Hast du ja immer gesagt. Wir haben das vorher auch noch mal gesagt, dass das nicht passt. Wir sind mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind. Und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Tum nehmen sich gegenüber. Was? Mein Rätsel. Scheiße. Was? Der hat der Turm. Der hat der Turm. Oh. Oh. Besuch's aber vor fünf Tagen, ne? Das hast du nie bei erwähnt. Du hast so lange gebraucht. Nein. Ah, okay. Das ist das Rätsel. Das ist das Rätsel. Da steht auch alles drauf. Ganz rechts. Da muss das Pferd rein. Da auch mal Platt. Da auch mal Platt ganz rechts. Man, da müssen wir noch die anderen Sachen suchen. Oh fuck. Ah, wie viel wird der andere? Den Turm, den hast du ja noch hinten, ne? Warte. Warte, wie viele sind das? Was? Warte mal, warte mal. Turm und Springer an derselben Wand. Das sind sechs Felder, ne? Das ist hier. Das ist ein Bauer. Der könnte doch mal da rein, glaube ich, ne? Das ist der Läufer. Das ist der Läufer. Läufer und was stand da? Läufer und Damen nicht nebeneinander. Das heißt, dazwischen dürfte jetzt nicht die Dame liegen. Wenn du da den Läufer hinsteckst, dann hast du... Warte. Dame und Turm liegen sich nicht gegenüber. Ja, der muss in irgendeinen von den beiden Kästen rein. Ja. Es war so, dass sich Dame und Turm später nicht gegenüber liegen. Dann mach den Läufer in die Mitte. Die Dame nach links und den Turm auf der anderen Seite in die Mitte. Das tut eigentlich dann passen. Mhm. Naja, der Turm muss auf derselben Seite sein wie der hier. Ach doch, der hier, genau hier. Und die Dame muss dann, äh... Und wir müssen das jetzt nicht lösen. Ich kann... Das ist ein verfügtes Rätsel. Du musst abnehmen. Das ist ein, du bist zu fett. Oh ne, wir müssen schon wieder... Ich hasse es, ins Wasser zu springen, ne? Das ist auf jeden Fall ein Kampfhaus. Und äh... Hey, da, ich kann Ihnen leider nicht helfen. Scheiße. Habt ihr Auto-Roten wechselt? Äh, nein, ich hab's seit Wochen dieselben. Nicht? Ach du Scheiße. Oh Gott, ich hab dir eine Komplex, oder? Hm... Guck nochmal auf den Zettel, den Udo übersprungen hat. Da waren grüne Markierungen drin. Ich bin stolz, dass ich übersprungen hab. Äh, keine Ahnung. Ja, da... Dann nehmen wir nichts drin. Warte. Ja, da kann ich nicht weitergehen. Ja, da kann ich nicht weitergehen. Ne, das mit Arbeit. Für Ehre, ok. Nimm's nicht, nähm's nicht. Nimm's nicht, das ist ne Valle. Ich sag geil. Okay, wir haben wir wieder ganz schön. We can go ahead, baghende Rest ab. Geh dir rechts Geh dir rechts Ich geh jetzt mal rechts durch die Wacht Oh ok Ha Quicks go Ok Was ist denn los mit euch beide? Die Flanze Nichts, nein, hallo rechts Hapfel 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 Warte, komm Doch, da ist es jetzt ein drittes Teerstück Ne, oder? Oh, der legt mich doch am Arsch Ähh Ach du Scheiß, ey Wie viele Teerstücke sind denn da noch, die du einbauen musst? Ja, ich glaube, du musst wahrscheinlich einfach nur eins finden, weil das liegt bei der Mitte, aber das ist doch... Das ist doch Mobbing Andersrum Wir hätten immer was gucken Was war das? Was war das? Was war das? Jaaaa Ein Graselchen Das ist doch zweieinhalb Minuten Mach was nützliches draus Das ist doch Das ist doch Ja, wenn du links ein gehst, du bist du wieder im Kreis rein Da hast du nämlich das Fieden entledigt, ja Wir machen jetzt irgendwas Neues Ja Ich geh schon ein bisschen den Turm um, aber wie kriegen wir den Turm? Ähh Da kommst du auch nicht rum Der Turm ist ganz oben, ne? Da Da ist der Turm Stimmt, die kommt überhaupt gerade Das heißt, wir müssen Irgendwie hier den Zugang öffnen, damit wir das da holen können Und dann, äh Das müssen wir erstmal hier jetzt noch alles Äh, alles klar Später Ja, ich hab ja auch kein... Ich geh... Ich geh erstmal... Ich geh erstmal die andere Sachen nachgucken Es ist viel geredet Vor allem sollte ich zugucken, dass du irgendwo zum Speichern kommst Ja, ich weiß nicht, wo der nächste Punkt ist, ne? Ja, ich hab ja auch kurz das angucken Tee stück! Haha, geil! Tee stück! Tee stück! Tee stück! Tee stück! Tee stück! Tee stück! Ah, da brauchen wir dann die... Hast du es weggepackt? Ne, sie hat das ja Ah, okay Ah, okay Äh... Also, dass du es direkt daneben steht Wart, mit Fogbeln? Ach so, ja Als du es direkt daneben steht, mir hab's das hier gesehen Ich krieg's denn jetzt noch... Ach so, der war ja da hinten weg, ne? Mach ich das noch und dann... Das Tee stück machen wir dann in der nächsten Folge Lalalalalala 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 2,12,8, okay Zwei mal nach links Zwei,12,8 Zwei... Äh, der Pfeil hat nach links gezeigt, ne? Ja, ich zeig mal nach links, ich tue nach A drücken aber Ja, okay, dann aktivier das mal so Eins... Zwei... Drei, vier... Ehm... wie groß wird das denn noch alles recht vor speichern kannst du jetzt irgendwo oder hast du irgendwas in der Nähe ich weiß noch ein ganz oben und um ich hoffe wir kommen noch mal hin aber ich befürchte doch wir brauchen doch die mag das war's dann wir räumen das ja ganz ordentlich alles weg also leute wir sehen uns dann in der nächsten folge ne da darf ich wieder durch rennen oh scheiße gut 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 tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020